Die Wortschlaue Prinzessin von Peter Christen Asbjörnsen Es war einmal ein König, der hatte eine Tochter. Die war so schlau und spitzfindig in Worten, dass keiner sie zum Schweigen bringen konnte. Da setzte der König einen Preis aus und ließ bekannt machen, dass der, welcher es könnte, die Prinzessin und das halbe Reich haben sollte. Drei Brüder, welche dies hörten, beschlossen, ihr Glück zu versuchen. Zuerst machten sich die beiden Ältesten auf, die sich am klügsten dünkten, aber sie konnten nichts bei der Prinzessin ausrichten und mussten noch dazu mit blauer Haut wieder abziehen. Danach machte sich Aschenbrödel auch auf. Als er eine Strecke weit gegangen war, fand er am Wege ein Weidenreis, das nahm er mit. Eine Strecke weiter fand er eine Scherbe von einer alten Schüssel, die nahm er auch mit. Als er noch etwas weiter gegangen war, fand er einen toten Starr und etwas danach ein krummes Boxhorn. Ein wenig später fand er noch ein krummes Boxhorn. Und als er über das Feld zum Königshof gehen wollte, wo Dünger ausgestreut lag, fand er darunter eine ausgegangene Schuhsohle. Alle diese Dinge nahm er mit sich zum Königsschloss und damit trat er zu der Prinzessin ein. »Guten Tag«, sagte er. »Guten Tag«, sagte sie und verzog das Gesicht. »Kann ich nicht meinen Starr gebraten kriegen?«, fragte er. »Ich bin bange, er bürstet«, antwortete die Prinzessin. »Oh, das hat keine Not. Ich binde dieses Weidenreis um«, sagte der Bursch und nahm das Reis hervor. »Aber das Fett läuft heraus«, sagte die Prinzessin. »Ich halte dies unter«, sagte der Bursch und zeigte ihr die Scherbe von der Schüssel. »Du machst es mir krumm, du«, sagte die Prinzessin. »Ich mache es nicht krumm, sondern es ist schon krumm«, sagte der Bursch und nahm das eine Horn hervor. »Nein, etwas Ähnliches habe ich noch meinen Lebtag nicht gesehen«, rief die Prinzessin. »Hier siehst du etwas Ähnliches«, sagte der Bursch und nahm das andere Boxhorn hervor. »Ich glaube, du bist ausgegangen, um mich zum Schweigen zu bringen«, sagte die Prinzessin. »Nein, ich bin nicht ausgegangen, aber diese hier ist ausgegangen«, sagte der Bursch und zeigte ihr die Schuhsohle. Hierauf wusste die Prinzessin nichts mehr zu antworten. »Nun bist du mein«, sagte der Bursch und darauf erhielt er die Prinzessin und das halbe Königreich. »Nun bist du mein«, sagte der Bursch und 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 der Bursch. »Nein, ich bin nicht allein gehalten, um der Bursch und der Bursch und der Bursch und der Bursch.